Wir wollen der Frage nachgehen, wie Gender Mainstreaming funktioniert. Mit diesem Ausdruck wird die Initiative bezeichnet, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Die Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien hat uns zu ihren Gender Talks eingeladen und wir durften Gender Mainstreaming an der MDW erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017